Herzlich Willkommen zu Rick Lloyd in Trouble in Terrorist Town mit Eilers, Gefühlt der Krüter, Maritardo und Nierz. Hi. Wir sollten uns langsam Sorgen machen, wo Maxi... Maxi, was soll ich machen? Ich glaube, der Osterhass hat ihn geholt. Vielleicht war das Griskin schon da. Hä? Ey. Ey. Was ist denn was? Du hast mich sogar getroffen. Ne, ich nicht, das Geschütz hat dich abgeschlossen. Achso, das ist aber scheiße. Das kann man benutzen. Mit E-Items, was hast du da gemacht? Ich hab geguckt, was das ist, aber das sind Texturfeder bei mir. Wer ist das? Ja, hab ich grad zugemacht. Maru, zeig doch mal den Waffenraum. Ja, dann folgt mir doch mal. Ah, wir wollen den Aude sehen. Da durchkriechen. Nierz ist übrigens Trailer die Runde. Ich bin ne Kanaler. Gerade durch, gerade durch, gerade durch. Oder schieß ihn. Was ist da? Gerade durch, verdammt nochmal. Pautau ist ganz woanders. Ja, reiht alles ran vorbei. Ich weiß ja, wo der ist. Ja, ne, aber die beiden suchen ihn. Wo ist denn jetzt der Waffenraum? Gerade durch. Wo ist denn jetzt? Ich will auch waffeln. Wo ist denn die Waffenraum? Wo ist denn die Waffenraum? Aber da sind nicht viele Waffen drin. Nierz ist übrigens Trailer. Und Maru auch. Ne. Da hat die Security Door geschlossen. Der ist ein Schalter daneben. Du hast sie auch geschlossen. Ich hab sie aufgemacht. So glaube ich nicht mal runter, ohne zu sterben. Da wurde gerade irgendwo ein Toten zerstört. Links von uns. Dann bleib ich einfach hier oben. Okay. Wo bist du denn da, Lu? Waffenraum, Waffenraum. Wenn du mich siehst, ist das aber komisch. Weil ich seh dich nicht. Ich bin ein Predator. Maru ist hier. Oder war das einfach ein Map-Sound? Ich predatiere dich dann. Also Nierz ist auf jeden Fall. Der steht grad dem hier. Da hab ich Angst. Es müsste Tauta oder Kapuze sein. Warum? Weil einer von euch gerade Items getötet hat. Wie Items? Da ist noch einer tot. Also entweder ihr schießt euch beide gegenseitig. Kapuze, wo bist du? Wir müssen uns töten. Oben auf den Rohren. Da wo du auch bist. Ja, Kapuze ist oben. Den Nierz, ich wusste es. Vom Negrun. Ne, ne. Du hast ihn gekillt von unten. Was war das denn? Keine Ahnung. Hier ist Glas verbrochen. Ah, Kapuze. Hilfe. Der hat da oben irgendwie Glas verbrochen. Kommst du da hin? Wie kommst du da jetzt aber mal her? Die Kapuze ist böse. Ich helfe ja bei mir. Der ist da hinten. Irgendwo. Der hat irgendwas freigelassen. Aber sei vorsichtig. Jetzt brennt der kleine Bope. Ja und ich meditiere mich doch ins Leben. Tauta ist der andere. Die ösig sinds im Bunker. Hallo? Ich hab Tauta die Füße weggeschossen. Jetzt komm mit. Ich hab ein Problem. Also Maro. Ich hab keine Punkte. Ich hab keine Muni. Ja, ich hab keine anständige Waffe. Ah, da hat es gestorben. Oh, da ist noch ein Schuss drin. Die hab ich gerade ausgetauscht. Das ist gut. Ja, die wollte ich dann. Was? Ach ne. Wie trotzdem wirst du davon, wenn du ein Glas kaputt gegangen hast? Ja, das könnte... Wolltest du es kaufen? Da ist wohl jetzt irgendwas rausgekommen dabei. Ja, da kam dieses Geräusch von diesen Rollminen. Da ist eine Tür gerade vorne, in dem Waffenraum. Sag mal, ich präsentiere dich mal, damit ich weiß, wo du stirbst, falls du stirbst. Wer ist tot? Ey! Ja, ja. Da ist... Der Kristall war mein Freund. Da bin ich schon wieder klein. Ah, da ist er. Da. Das selbe Problem kommt nicht hoch. Muss nicht mehr. Ja, so viel gibt es hier nicht. Hier muss man ein bisschen schmarsam sein. Da kann man halt nicht viel Spaß haben, ne? Ah, wozu du da abgemurkst? Was kommt davon mit dem Städte? Vendetta! Verfaller Vendetta! Mit den Flammen... Ich hab' den Arsch, weil du ihn gekehlt hast. Ja. Echt mal. Ich hab' nichts nicht gekehlt. Der Waffenraum ist geschlossen. weggefallen hat. Das war ich. Ist so. Ist so Geräusche? Ja. Das war ich auch so. Ja. Vom Geräusch. Vom Geräusch. Wo bist du? Ich bin nicht da. Wie konnte man den Kristall wieder einsammeln? Ich hab' ein neues Haus für dich. Zeig' mal. Äh, komm' zum Teleprompter. Gibt das? Teleprompter? Ich weiß nicht, woher das Wort kommt. Ähm. Das ist so'n Ding im Fernsehen. Ja. Wo die abgelesen können. Genau. Ja, genau! Das ist der Teleprompter. Kapuze? Was hast du da in der Hand? Warum schießt du mit der Besserung hinter mir? Ah! Das weiß ich. Was ist Kapuze? Er ist Mutter gefallen. Achso. So, was ist los, Kartl? Ich bin immer noch an dem Teleporter. Da bin ich wieder. Er ist halt bei uns ein Springer, ja. Ich bin im Teleporter. Du musst deine Tür noch abschließen. Du hast sie offen gelassen, als du heute rausgegangen bist hier. Wow. Guter Joke, ja. Ja. Ich geh da jetzt rein. Ja. Ähm. Ups. Ja nix ups! Hallo? Hallo? Er hat ihn halt in die Falle gelaufen. Das hat weh getan. Wollte ihn nicht. Aua. Das war nicht nett. Entschuldigung. Entschuldigung. Das wusstest du. Das ist das zerbrechende Glas gewesen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Wo ist denn der gleiche? Ah. Würden sie weitergehen? Hat er mal vorher reingeguckt. Hallo. Du wolltest auch das, den David also absichtlich. Altsum soll gerade den Kristall kaputt machen. Nix, ich hoffe du bist nicht bei Fredd. Ja, Moment. Ja dann ist das Ding ja durch, Tauda. die hand wir haben nur ein nekro und einen traiter dieses gar nicht hinter dir Nils sehr gut Nils die Selfie der hatte ich auch oh das kann niemals sterben wir haben ein Zombie das war nicht gut Nils hat mich erschossen ja aber er hatte schon Maru davor ok ja ja alles gut alles gut das war nicht witzig das war nicht witzig das war nicht witzig das war ok nein nein auf einmal haben wir noch einen Zombie ich dachte er kommt als Vendetta aber die Falle ist ganz witzig aber ich hätte mir irgendwie erwartet dass was cooles passiert war doch voll krass das war doch insane ja ja da gehen sie direkt los Kapuza hat uns hier geblockt da sind so viele Leute angestorben ja so viele Leute heißt das nicht dass die Leute die hier drin in dem Raum waren alle Slaves sind Adams so wenig leben ja ja das ist eine Baloui Waffe äh eine Anti-Baloui Waffe glaub ich Kapuza oder nein nein Kapuza hat sie mir die Leiche auch confirm ich bin doch von einem anderen das war schnell Nils ok Kapuza war es wohl ne Dalu war es ja wohl Dalu hat Nils erschossen und Nils war beim Death ja 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 wir sind die letzten drei wir leben ihr laut meiner Karte warte mal ach come on ach na klar ja ah die Melon hätte so schön die Lane Kronerin warum 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 du die böse bist was weil was du die böse bist ja das kannst du wissen ja du hast davor schon Nils getötet hast du doch nein nein das war Dalu echt du hattest die noch gestinkt hab ich eben ja ach ne ich hatte Fade dann und war Vendetta du warst sowas von tot aber auch mein aber du hast auch nicht gesehen dass ich das war du musst danach respawn oder wieso wirst du wieder einfach nur so ein random try wieder was willst du hier Maru warum geht mit einer Sniper auf den ja natürlich da weißt du ja schon dass er wieder T ist natürlich bin ich das immer Hallo Sir ich hab keine Sniper kann mir einer nicht du ruf mich hier nicht runter oder achso das ist nur wenn du an der Kante stehst dann darf ich das aber auch noch Katzen gesetzt Tautau ist übrigens auch einer Tautau ist übrigens auch einer ja natürlich was denn Katzen gesetzt Kuchen Tautau und Maru oder wie Tautau gerade wahrscheinlich als Maru wohl Maru halt gerne auf die Camper pose geht Kapuze hat ein dickes Ding dabei seid vorsichtig Tautau 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 also eben wenn ich das Sack ja oh nein oh ein Jester nicht warum schießt der jetzt auf Maru ja weil ich gerade dachte das Ding jetzt kannst du den Sack auch zu machen ja wenn einer war schon richtig im Colt toll alle da Camunza was ist das für ein Ei was ist da hinten so hell das ist Rauch Wegen der Lampe hier vorne wirkt das bei mir so als würdest wir wurden schon eingeschlossen die Türen sind zöger oh kapuze hat ein dickes Ding Hallo oh fuck alter ok wir waren zu weitern nicht das Ding ist noch heiß Leute oh fuck bitte nicht du bist der andere oder gut ran nein lauf Maru lauf oh glaub nicht dass das geholfen hat doch du hast einen erwischt außer da noch was Zeitkrieg aber Items das ist kein Problem finde ich auch ich habe jetzt das da vielleicht hilft das ich weiß nicht ich weiß nicht ja ich finde ich habe gewonnen als Traitor jetzt ich weiß nicht warum spawne ich manchmal mit einer Fläge an hier wahrscheinlich gibt es einen Spawn mit einer also wahrscheinlich gibt es eine ich wollte es gibt eine auf der MF das auf jeden Fall geil deswegen war die auch schon paar mal im Gebrauch in den Runden ich habe sie einmal gekauft ich wollte ähm also ich habe keine Waffe eigentlich die Runde aggressiv spielen um meinen Fate explodieren zu lassen ich kann nur meinen Wind benutzen ich kann nur meinen Wind benutzen oh na wen haben wir denn hier Dalu ist es Dalu ist es im Waffenraum im Wafferaum und ihr seid alle tot im Wafferaum und Items hat ihr erschossen brava oh god warum hat er mich geblendert ja Dalu war Böje hat er einen Zombie schon weißt jetzt hat er liegen gerichtet ja jetzt wissen wir natürlich nie was zu funktionieren Tauta ist böse ja das habe ich wohl gehört er ist am Waffenraum ja oh das ist gescheitend das bist du sorry ich dachte er war hinter mir er war hinter mir ja er war auch hier irgendwo lasst du erstmal weg ich habe keine Muni mehr nein es ist Tauta nein ich habe keine Muni ich habe keine Muni Muni ah Tauta hat eigentlich kein Leben ne ne ich habe ihn gut getroffen und dann bin ich AP bist du getroffen worden? ah nee wir sind noch mehr als du ne er ist nicht einmal gestorben ich werde aber wenn der identifiziert ist kann natürlich sein aber kann nur einen machen kann natürlich sein das kaputt ja wobei du hast ihn getötet und du kannst nichts anderes mehr alles gut ja ich verstecke mich einfach so lange bis er was passiert ja wie gesagt er kann ja nur einen machen bye gang du wirst dich für mich hin kommen er soll er mich halt machen das ist doch egal irgendwie hallo Tauta das war aber echt das war aber echt sehr fein ja der Nils hat da wieder rumgedetektivt lass dich doch erschießen einfach ja du hast doch gesehen was abgeht komm doch dazu das lustige ist ich könnte ein Messer aufheben von der Vendetta ich kämpfe für die lebenden ey du hast totes kann niemals sterben ja ja meine meine Pistolen sind ein bisschen verbargt mir fehlt der Abzug immer bei meinen ganzen aufheben ja ja stopp ich soo oh nein 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 ich möchte dich machen jetzt da ist er okay weil er weil er Zombie war ja direkt am Anfang zack bumm easy header zack bumm easy header wo ist klick klack bösen man nennt ihn auch header star hier na ruhe lass mich durch wow wow also leute du wolltest nicht gehen ah 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 hier ist immer getroffen ich bin headerstag ja jetzt ja jetzt alles absolut verstanden ja verstehe ich ne eigentlich irgendwas anderes eh okay nein halt dich nicht hättet mich nie hättet mich guten day katarino na wein du Maro und Kun ran ja wir waren wir waren vorhin items und Maro und ich wollte schon aggressiv reingehen aber alter hat mich trotzdem so ja lass mich hier vorbei springen das hält Alter 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 Ey Mario jetzt so nass, wie der jetzt nen Heller kriegt. Nils hättest eigentlich hören müssen, ist aber weggegangen übrigens. Nils ist bei mir. Genau falsche Richtung, weil es war hinter dir, Schnils. Ey, das war meine. Dann hab ich's wohl wirklich nicht gehört. Meine Raketenwerfer, die hat Dalo aufgehoben hat. Hey, Dalo, was hast du denn da für nen Raketenwerfer? Du kannst den gerne wieder haben, wenn du willst. Er hat's dir wohl ausgegeben, er hat nen Tore und nen Raketenwerfer gekauft. Dalo war's, Dalo war's, Dalo war's. Ja, Dalo war's. Uchi Gang. Nö, Uchi. Aber, er kommt wieder. Der da hinter mir steht. Achtung jetzt! Er kommt wieder, keine Frage. Er ist irgendwo hier. Nein, hör auf mich. Ach, come on! Hä? Er hat doch den, er hat doch geschossen. Ja, er haut den Baby Launcher ab, ja. Aber er hat von, von Items aufgehoben. Ja, aber warum schießt er dann? Warum schießt er dann damit? Weil er es lustig findet. Wow, jetzt reicht's aber. Weil er... Wieso? Ah, Nils, 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 Nils! Ich bin jetzt überhaupt... Ich hab doch kein einzeln erschossen. Ja, Nils ist es. Hast du gehört? Ja, ja, ja. Mr. Detective Random Killer. Bist du wenigstens Zombie-Meister oder so? Nee, nee. Shit, lass mich medischieren. Ich hab auf einen Traitor geschossen, ihr Hater. Aber, warum meinst du das denn nochmal? Ich hab Nils von Anfang an verdächtigt. Ich hab gesagt, Nils auf jeden Fall einer, weil er in die falsche Richtung gelaufen ist. Ich hab das wirklich nicht gehört. Nix ist hier. Mir kann egal, ob du das nicht gehört hast. Das war verdächtig. Der Mord war genau hinter dir und du rennst als erstes weg. Ich hab's wirklich nicht gehört. Ja. Deswegen hab ich dich auch verdächtigt. Warum hast du dann geschossen? Das war dein Baby, Leute. Du hast acht Minuten Zeit wegzulaufen. Ich war an dem fucking Geschütze. Ich hätt gar nichts machen können. Ja, aber du bist gestorben? Ich bin aus dem Geschütz. Nein. Siehst du was? Wenn du das weg... Ey. Äh, lol. Ich sterbe. Maru killt sich grad selbst. Okay. Hat sie ja Mirror gekillt. Aber warum? Maru wollte die Dose haben. Hat gesagt, wenn du das wegnimmst, kann ich nicht ab. Aber du hast doch trinken können. Er war auch Tee. Was ist denn? Aber hast du nicht ne Plasma reingebaut? Ja, danach, als er auf mich geschossen hat. Ach so. Ich hatte Müll oder? Ich hatte Müll oder? Das war mit nem Launcher rein. Ich dachte... Kann man kaputt sein, ob sich als er aber kam? Warum? Weil du so hurt bist. Dann willst kein anderer mich. Ja, was soll das heißen? Wir weg, ich will ihn verbrennen hier. Ja, ich will da weg. Nein, lass mich rein. So. Au, au, au. Nicht zu nah ran ans Feuer, ist heiß. Nils, Bils. Ja, Items. Nils. Ah, Nils. War's Nils oder Items, hey? War's Nils oder Items, hey? Iems fällig. Guck mal, ich geh sogar... Ich geh sogar hier... Ja und? Es war nicht Nils. Ja, war du... Kapuz, ich weiß, dass du es bist, aber ich werd dich gleich töten. Aber einfach... Nee, du bist doch hier draußen, war ein Melon hochgegangen. Ja, das war ich. Oh mein Gott... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, was jetzt? Ja, wen willst du? Du bist Letzter. Nein! Du bist der Letzte. Du bist halt der Letzte, es waren alle tot. Warum aber dann lass doch einen fairen Kampf machen. Das war fair, ihr hattet 2 und 1. Nein, du hast die Verbrennungen, ich bin schon abweg. Ich wusste, ich hatte ganz kurz gesagt, dass du ein richtiges Messer hattest. Hattest du nicht sogar das Duell zwischen den Kreuen und den Kreuen? Doch. Ja, aber dadurch kann man dich einfach treffen mit einer Pharmaus. Ich hatte Mirror und du hast mich die ganze Zeit getroffen. Danach hab ich nicht mehr geschossen, danach wurde ich abgeschossen. Aber natürlich hast du dann ein Mirror. Okay, das war ich jetzt nicht, aber ich mach gleich noch was. Ich will erst wissen, wer das ist, ey. Das ist ohne jetzt gar nicht so lieb, ey. Hat bestimmt einer gewusst, war bestimmt Nenno. Irgendjemand hat Kapuze angezündet. Der alte Dauer ist drin. Da war wohl Kapuze in dem Raum, hat die zerschossen. Oh fuck, sorry, das hat er zerschossen, das hat er zerschossen. Ja klar, weil er nichts abgestocken hat. Hast du jetzt, Kapuze, hast du jetzt den Tauter erschossen? Ah, ah! Der ist leer. Was passiert hier? Wo ist es? Das ist wahrscheinlich... BAY! 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 BEAY! BAY! AUA! 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 Nice one! Das war jetzt auch lame, mich einfach abzustechen. Ja was denn? Du hast mich wieder verbreitet. Das war Maru. Ich hab nichts getan. Wie denn? Also warst du Chester? Ja. Leute, wenn euch das ganze Rundchen gefallen hat, liked das nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschau, schaut mal. Tschau. Schauen auf sich, schau. Schauen auf mal. Eher, was ich schon mal an? Drei mal an? Aus. 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 Aus.